Tja, wie man sehen kann, habe ich nicht nur Hühner hier laufen, Tauben laufen hier auch. Ich habe das geöffnet, weil ich jetzt sonst Hälfte Hälfte habe. Und Tauben und Hühner verstehen sich gut mittlerweile. Tun sich nichts. Und wenn, können sie sich hoch pflegen, wenn die Hühner da meckern. Die anderen zwei sitzen da oben. Die anderen zwei Tauben. Vier haben wir. Sieht mir recht gut. Die Lilly! Ne, wer ist das denn hier? Die Mimi, die ist ja am Motzen. Die Lilly ist da hinten. Die Mimi will rein. Ist alles ganz friedlich. Natürlich finden die Hühner das toll, was ich da hinten angepflanzt habe, wo man sieht. Da haben wir hier helle Freude dran. Da Taube und Huhn. Alles zusammen. Ach, das ist schön. Das ist die kleine Baby. Funktioniert alles. Ein paar tragen sich. Nur die Baby hier, die kleinste. Die ist immer irgendwie so ein bisschen weh, 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 weh. Bisschen zickig. So sind sie mal die Hände. Genau. Klappt alles wunderbar. So. Dann mach ich mal wieder aus. So. So.